Mit dem Maduro 15 wollten wir einen Kaminofen mit besonders breiter Brennkammer gestalten, die Holzscheite von 50 bis 55 cm Länge aufnehmen kann. Dafür bot sich die schöne Ellipsenform an, die ein breites Ofendesign mit minimaler Tiefe ermöglicht. Der Kaminofen hat so eine äußerst elegante Optik erhalten. Das schöne, breite Flammenbild ist durch die gewölbte Front besonders gut zu sehen. Eine effiziente Scheibenspülung, die vor dem Glas herabgeleitet wird, hält die Scheibe sauber. Da der Türgriff und der Griff für die Luftregulierung vollständig in den Kaminofen integriert sind, ist das Flammenbild völlig ungestört. Eine attraktive Gestaltung der Brennkammer des Kaminofens war ebenfalls wichtig. Daher haben wir ein Relief in die Vermikolitplatten eingearbeitet, das die vertikalen Linien hervorhebt. Aduro 15 verfügt über eine Tür unter der Brennkammer, die sich leicht aufklappen lässt. Dahinter kann man zum Beispiel sehr gut Kaminzubehör aufbewahren. Aduro 15 überzeugt durch hervorragende Verbrennung und die Möglichkeit, mit niedriger Heizleistung zu verbrennen. Außerdem muss die Bedienung des Kaminofens unkompliziert sein. Er ist daher mit der einzigartigen Adurotronic versehen. Diese Automatik wird mit einem einzigen Zug aktiviert und reguliert dann die Luftzufuhr vollautomatisch, sodass eine optimale Verbrennung stattfindet. Das Ergebnis ist eine umweltfreundliche Verbrennung und ein bis zu 40% geringerer Brennstoffverbrauch. Das Ergebnis ist eine umweltfreundliche Verbrennung und ein bis zu 40% geringerer Brennstoffverbrauch. Untertitelung des ZDF, 2020